Sei es drum, ich erzähle dir was. Ich glaube, das ist Jesus Christ, der von oben runterspricht. Vielleicht später, ciao. Warten Sie bitte. Ich habe Gutscheine für Zalando. Gut. Okay, ich bin ehrlich gesagt interessiert daran. Freund, also warum geht der Kampf zum Teufel weiter? Und jetzt habe ich X gedrückt. Ich volltrottel. Scheiße, gerade war da noch eine 3. Aber ich finde es in dem Spiel echt sauschwer. Oh, scheiße. Ey, komm, da waren so viele Zweier und auch Fünfer und Dreier. Warum zum Teufel kriege ich immer das Schlechteste? Nö. Ja. Eine 5. Das war das Beste, was ich da hätte haben können. Oh, ganz gut. Ganz gut. Ja. Das war jetzt Goofy of Ecstasy. Aber so nicht. Ich habe ihn doch getroffen. Das hat man doch ganz eindeutig gesehen, wie ich ihn geschlagen habe. Da freut er sich. Ja, wie ein Hund gefreut er sich, der Mario. Ja, super hat er das gemacht. Was denn? Ich habe doch geschlagen. Verdammt nochmal. Ich habe doch B gedrückt. Oh, Kacke. Jetzt kommt er an den Arsch. Komm, 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 Mario. Nein. Ich habe zu lange den Hammer gehalten. Ich dachte, das wäre unendlich in dem Spiel. Aber ist es nicht. Komm, stirb doch jetzt endlich. Und sein Sack ist geprellt. Oder warum erscheint da ein Raum? Hey, alles in Ordnung da unten? Ich weiß, dass er oben gesagt hat. Keine Antwort. Das ist nicht gut. Wir sollten uns mal in dieses Gebiet hier begeben. Es hat gerade auf irgendwas reagiert. Wenn die Soße daneben spritzt, dann ist das nicht so schlimm. Na, wer denkt zweideutig? Scheiße! Ich habe extra gewartet bei den ganzen Eins, dann kommt die Fünf und dann habe ich so ein Mist hier. Oh, Crap, man, Crap. Keine. Aber der greift so plötzlich an. Der ist schwierig. Hey, was rödelt ihr so? Was quatscht ihr noch? Ich verpasse alles, was zählt. Dafür haben wir jetzt eh keine Zeit, Bowser. Außerdem sollte man kein RTL schauen. Fast, fast. Ich hatte die Faust schon. Das ist Dreck. Verdammter Scheißdreck. Diese ätzenden Bastarde. Wir wollen. Und kriegen aufs Maul. Scheiße. Ja. Hey, was ist denn das? Oh mein Gott. Verliere ich mein ganzes Geld. Alter. Bei den vier Dingern. Hast du es ernsthaft geschafft, mich zu treffen? Jetzt reicht es mir aber. Hör jetzt auf damit. Schluss. Noch mehr? Oh Mann, warum? Schaut euch die ganzen Fettpolster an. So in etwa sieht es auch bei Rainer Kallmund aus. HALS! Richtig. Bin ich jetzt Millionär? Nein? Schade. Warum geht es nicht? Hallo? Ich überprüfe das gleich mal. Nee, ich habe nicht alle KP. What the heck? So, okay. Ich muss... Ach, scheiße. Peinlich. Ich muss draufdrücken. Die feurige Schärfe war es doch, oder? Nein! Aber er hat doch was von Schärfe. Ich hasse es. Du sprigge Haut. Ach, scheiße. Nee! Dieser Scheißdruck! Oh, oh. Ich glaube, ich habe mich derbe vertan. Ich kam... Oh, maaau! Ich kam doch nicht durch diese grüne Röhre, wo die Chakrute war. Ich glaube, da geht es weiter. Ich lapp'n. Ich habe es gerade auf der Karte gesehen, dass da drei Röhren waren. Und, äh... Wie soll ich mich jetzt da rausreden? Das ist peinlich. Ach so! Oh Gott! Ich vollhank! Das war ein geiler Ton. Als würde er hersticken. Ich kann es nicht so gut nachmachen, aber das klang einzigartig. Nein! Warum habe ich A gedrückt? Ich wusste, dass das Luigi ist! Es ist... Es ist... Eits. Mario, Luigi. Was war das denn? Der Trottel kann doch da gar nicht... Super. Sie ist entkommen. Keine interessiert, was mit Luigi passiert ist. Wollen wir anfangen? Womit denn? Was? Wovon redest du? Ich will doch die Hüste dicht. Bist du kein Freier? Nein, ich... Massieren und so. Äh... Aber kein Freier. In letzter Zeit... Oh, diese Schmerzen. Oh Gott, die Gedanken in meinem Kopf. Ich sollte aufhören. Mein Rücken schmerzt. Und meine Schultern sind ganz steif. Aber ich könnte dich belohnen. Die Gedanken. Ich merke mir die Namen meiner Gäste nie. Diese... Äh... Jeff. Mein Name ist Jeff. Jeff. Ich heiße Jeff. Wo ist der kleine Drecksbengel? Verflucht nochmal. Der Bengel geht mir jetzt schon auf den Sack. Aaaaaah... Aaaaaah... Hä? WTF? Warum wurde das abgebrochen, das Spiel? Ähm... Ist klar, dass ich ihn nicht finde, wenn das abgebrochen wurde. Bowser, du hast Abos? Cool. Können wir irgendwie Box for Box machen? Oder... Was? Schmarrn. Aber was machst du denn so für Videos? Wie gesagt, das ist ein Faker, man. Boah, asozial. Muss ich direkt mal auf YouTube gucken, was für ein Faker das ist. Bowser LP oder so. Ich hab ja Gym gewählt, aber er hat mich nominiert. Deswegen kann ich... Aber er hat jetzt wie Ribéry so eine... So eine Ritze. Kein Hate, aber ist so. Hey, bist du so ein bisschen beschiss? Der gibt mir 9999 Erfahrung. Aber es gibt keinen Bonus. Weil man anscheinend nicht mehr als... ...als 9999 Erfahrung bekommen kann. Wofür habe ich mich dann abgemüllt mit dem scheiß Orden, bitteschön? Ihr seid die Klempner Bros. Ihr müsst das schaffen. Ihr absoluten Skillermann. Macht doch den Doppelangriff. Genau, jetzt hier. Gewöhn der Mitte, Mann. Schön in Ordnung. Auge weggebrannt. Ich glaube, ich steigere mich so ein bisschen zu sehr in das Spiel rein. Manchmal. Naja, so ist das halt, wenn man süchtig ist. Kann ich jetzt aber nicht akzeptieren. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt falsch war. Weil eigentlich war Luigi nicht wirklich in einer gefährlichen Zone. Fuck, Mann! Bleib stehen, du scheiß Raupe. Belabert nicht. Fangt sie. Wie? Luigi, jetzt ob du das hinkriegst, weißt du? Mario, dass du es ihm wirklich... Hä? Was zum Geier? Was war das denn für eine perverse Szene? Jetzt erklärt er ihm, dass er blöd ist. Er akzeptiert es nicht. Die hängen schon wieder am Arsch, ey. Gebt ihr Saures. Bitte macht es so wie vorhin. Mindestens ein Super will ich haben. Oh, toller Treffer. Das ist natürlich auch geil. Ja, Luigi, du gehst ab. What the fuck? Der dritte in Folge. Der vierte. Das ist doch Betrug. Aber ein positiver. Was ist denn das? Fünfmal toller Treffer im Ding. Weißt schon. Nacheinander. Aber nur 260. Was heißt nur? Ein neuer Raum ist erschienen. Okay. Und zwar die Druckkammer. Bowser, hast du Druck? Dann bitte lass mich in Frieden. Ist das dein Penis? Ganz im Ernst. Es ist jetzt kein Scherz. Das sieht doch so aus, oder nicht? Druckzentrum und... Oh mein Gott, die Entwickler. Facepalm. Nein, ich muss jetzt hier busseln? Ich habe einen Termin jetzt. Das heißt, ich muss gehen. Und mein Hund wird jetzt hier übernehmen. Tschüss. Ja, okay. Ich setze mich hier wieder hin. Okay, okay. Okay, gut. Ich weiß, ich muss mich an den Vertrag halten. Also gut. Ihr nehmt den hier. Und den. Und dann nochmal den. Und hier. Und jenes. Und beide. Lecker essen. Ich muss mir nur vorstellen, dass das Pommes, Chicken McNuggets, Big Macs, Real TS, Big Tastes. Ähm, ja, keine Ahnung. Chicken Sticks. Ähm, ja, keine Ahnung. So ein Zeug halt ist. Und jetzt... Ah, smashen, smashen. Juuuuh. Und werfen. Und B. Bwam. Joa. Exzellent. Habe ich drauf. Geil. Das lassen wir mal lieber bleiben. Ist höchstens ne Überlegung wert, wenn ich tatsächlich mal bei nem Bosskampf derart zacken würde. Ähm, und halt mehr Power brauche. Ähm, dann könnte man drüber nachdenken. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, die Verteidigung stinkt. Äh, stinkt, ja. Ne. Das tut sie nix. Sie sinkt ab. Und die KB auch. Okay. Ob sie stinkt, weiß ich nicht. Aber ich will ihr das jetzt mal nicht unterstellen. Tut mir leid, Verteidigung. Ich wollte dich nicht beleidigen. Na, warte, warte, warte. Jetzt muss Luigi mitkommen. So. Tatsächlich. Kann man da auch wieder zurück? Nö. Wie unlogisch ist denn das? Man grabt sich da so raus. Aber kann nicht mehr sich reingraben? WTH. Was? Angriffshandschuhe plus? Nein. Fuck. Die haben wir für 15.000 gekauft. Ist nicht dein Ernst. Wieso gibt es denn die hier einfach so? Ihr seid echt fame. Da müssen wir uns revanchieren. Sonst können wir uns nirgends mehr blicken lassen. Die Verstecke der übrigen drei Attackenfragmente. Erklären wir es ihnen. Yo. Maren und Luigi kriegen das eh mit einem Video innerhalb von 5 Sekunden wieder rein. Sie haben eine Milliarde Abonnenten auf YouTube. Nun ja. Das hat jetzt zwar schon einiges gekostet, aber Maren und Luigi scheint das nicht wirklich zu jucken. Die haben wir wirklich eine Milliarde Abonnenten vielleicht. Und ah, da ist sogar ein Eingang. Ja, da ist auf jeden Fall noch ein Secret. Definitiv. Oh, wie komme ich zurück? Wie komme ich zurück zum Teufel? Oh, vielleicht mal die Tür hier nehmen. Idiot. Exzellent. In your face, baby. Warum null? Oh, äh. Äh? Warum ist hier so ein Attackenteil? Das habe ich gar nicht auf der Karte gesehen. Bin ich jetzt doof? Oh, honk. Und carn hủ- und her.